Bildungsmeile 2016 der Wirtschaftskammer Blicke deiner Zukunft ins Auge Am Donnerstag, 24. und Freitag, 25. November öffnen für dich über 40 Betriebe im Mostviertel die Tore. Und du kannst dabei deinen zukünftigen Beruf hautnah erleben. Dann weißt du auch, wo du deine Kohle verdienen kannst. Um herauszufinden, welcher Job dir am meisten liegt, ist es am besten, dass du ihn dir gleich vor Ort selbst anschaust. Dort kannst du auch Meister und Lehrlinge persönlich befragen, was ihnen an ihrem Job besonders taugt. Achtung, fertig, Lehre! Rein in die Bildungsmeile und heraus mit viel Information. 24. und 25. November, Bildungsmeile im Mostviertel West. 25. November, Bildungsmeile im Mostviertel West. Am meisten. 4. Malche, Bildungsmeile im Mostviertel West. 4. Malche, Bildungsmeile im Mostviertel West. 4. Malche, Bildungsmeile im Mostviertel West. 4. Malche, Bildungsmeile motors, attacks into the snowball. sehen unsviertel West. 5. Ellenijen im Mostviertel West. 5. Krist全meile im Mostviertel West. 5.記得 im St eran verbogen. ắcuttel West.